voll der bock für kinder ja, Bibi, musst du fangen roten Punkt, aber sie sind schon schnell unterwegs da, Bibi, da, da, da der rote Punkt ist was für dich, Bibi, das wäre dein Fall, das würdest du versuchen zu fangen Klee, wieso, wieso knurrst du denn? Klee, da, 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 da ich habe mit Tony und seiner Familie getraut ich habe um Bryce Walker getraut und ich habe mit Clay Jensen getraut hier muss noch ein Foto von Justin hin das ist ja toll wie ich nicht wir sollten ein paar Fotos machen ich weiß, dass sie hier eigentlich über ihn sprechen wollen Klee, Jensen hast du was Neues? ja, Barry Walker hat uns die Aufnahmen für seinen Sicherheitsführerweis zugeschickt Hallo Bibi, geh mal näher ran Hallo Bibi, geh mal näher ran Sie denken, sie würden die Wahrheit überfällen und vielleicht haben sie damit ja auch recht ja, die Farbe ich muss mich also aufhören hier Boxsack, voll der Boxtrainer für Katzen, wirklich. Voll der Boxtrainer für Katzen, voll geil. Jetzt wird er langsam sauer. Weil es nicht aufhört anscheinend. Los, Bibi, komm. Bibi, 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 los, hol dir den Punkt. Los, da ist er. Bibi, morgen machen wir das mal, wenn Gizmo nicht da ist. Du kannst ja nie spielen, wenn Gizmo da ist. Der ist ja immer sehr einnehmend. Ich glaube, der ist da in dem Teil. Oder in einer von den Schirchen. Irgendwann habe ich den letztens gesehen. Ah, das hier ist cool, aber ist ein Leatherpointer, wie gesagt. Schitt man jemanden. Schitt. Schitt. Schiss. Schitt. Schitt. Jetzt hat er versucht den roten Punkt so zu touchen. Touch. So. So. Vielen Dank. Ich glaube jetzt ist er langsam kaputt. Das ist cool für Gizmo auf jeden Fall. Ich glaube jetzt, wirft er sich durch die Gegend. Bye-bye. Ja, morgen machen wir noch mal ein Video, wie Bibi damit spielt, wenn die damit spielt lange. Die ist ja mal schnell gelangweilt. Aber der hat jetzt schon 10 Minuten Spaß fast. Ja. 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 Hast du das ausgemacht Gizmo oder geht es nach 10 Minuten aus? Entweder hast du das ausgemacht oder das geht von alleine aus. Ja Baby, was kann ich dafür? Statt du mal hingehst und spielst? Nein. Gizmo frisst dich her. Dabei hat der Angst vor dir, wenn du richtig ausrastest. Oh boy! Ist ja gerade viel zu dunkel für die Kamera eigentlich. Ist ja gleich fertig. Das ist ja gleich fertig. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.